hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video heute fahre ich zur schule wir haben minus 1 grad das ist komplett der ganze wass schon eingefroren alter wie das quank so ich muss auch nicht tanken dicker so wenig ist das so tschüss so gar kein bock jetzt auf die fresse zu fliegen weil der junge gar nicht glatt ne also man merkt auf jeden fall schon dass es gefroren hat so rolle erstmal schön warm fahren also eigentlich geht das noch mit dem glatten aber guckt euch mal die landschaft an alles ist weiß dir das sieht so geil aus naja ich habe ja schon lange kein video mehr gemacht ich glaub seit keine ahnung seit ein zwei monaten oder so oder ja keine ahnung auf jeden fall und ich fahre auf jeden fall nicht direkt den selben weg wie sonst immer also ich fahre jetzt nach Süderbrarup und da fahre ich dann sonst immer den direkten weg zur schule und der ist auch ziemlich cool muss ich ehrlich sagen aber gestern ähm war ich ein bisschen früh los und ich weiß immer nicht was die an der schule machen wenn ich zu früh da bin also dachte ich mir ja dann fuße ich ein bisschen durch Süder und ich habe einfach so einen geilen weg jetzt gefunden und ich habe mir gedacht alter das ist doch perfekt für ein video und ja so sieht das nämlich aus das ist übrigens ein apriljahr sr 50 motor 2019er baujahr für die die neu sind genau ich soll ja auch gar nicht was ich reden soll ich würde sagen ich spiele jetzt ein bisschen musik ein und dann sehen wir uns wenn ich in Süder bin ciao ich soll Musik Jetzt wehrt man ja auch, er wird schneller, aber, oh, ja da kommt doch noch was, ja. So Leute, jetzt sind wir im Süd. Jetzt sind wir langsam Kreisverkehrsfahre, wir können nicht maulen. Jetzt sind wir im Süd. Wunderschönes Dorf. Das war hier Dings. Hat mich wohl nicht erkannt. So, normalerweise wiehe ich denn hier nach links ab. Aber für das heutige Video fahren wir einen anderen Weg. Boah, es ist so scheiße kalt. Und ihr merkt schon, der Rollerable auch nicht so richtig. Obwohl ich schon seit mehr als 10 Minuten gefahren bin, aber ich denke mal, es ist wegen der Kälte, weil sonst immer hat er ein bisschen mehr Kraft, also ein bisschen mehr Top Speed. Ja, aber na ja. Jo, fast schau ich dich auch. Jetzt wird's hell. Ach, scheiße, da sind schon direkt Radfahrer. Ich fahre halt, äh, nochmal fahre ich hier nicht links, ne. Ja, warten wir noch einen Augenblick. Genug gewartet, jetzt fahre ich voll aus. Baby, Alter. Guckt euch an, wie weit das ist, Alter. Normalerweise fahre ich keinen Offroad, aber das ist hier ja nichts hartes. Das ist ein Shutterweg. Den kann man schon mal fahren. Oh, Alter, Digga, der scheiß Kies, Digga, gleich fliech so auf die Frasse, Alter. Der hat ja grimmig geschaut. Perfekt, first, weil durchgekommen. Schade, also da wollte ich jetzt eigentlich filtern, aber jetzt an einem Bus für heute zu filtern habe ich ein bisschen Angst. Also filtern in dem Sinne, wenn keiner gleich rechts abliegt wie ich. Ich glaube, ich komme sogar ein bisschen spät zur Schule. Aber heute haben wir keinen richtigen Schultag, sondern, ähm, weiß nicht, ob man das in der deutschen Schule auch hat. Aber wir basteln da. Komplett lost. Schade, musste nicht filtern. Und jetzt kommt hier auch nochmal ein richtig geiler Weg. Alter, da kommt Rauch aus dem Gully raus, Digga. Das war's komplett. Ja, jetzt hat er, jetzt hat er die Power. Ich glaube, der braucht einfach ziemlich lange zum Warmwerden bei minus 1 Grad. Oh, guck mal hier. Direkt auf 35, Junge. So lobe ich mir das, Alter. 36. Was hat der denn jetzt? Was soll sein? Ich glaube, der hätte ihn nur vorgelassen, ne? Keine Ahnung. Oh, der kommt nach Rückspiel jetzt schon wieder sehr nah ran, äh, sehr schnell ran gefahren. Hier ist 30, Kollege, Digga. Und schneller als 30 kann ich sowieso nicht fahren. Also jetzt halten wir ein bisschen in die hier und kack mich nicht an, Alter. So ein Ding ist das. So ein Ding ist das. Was ist denn da los? Kann. Oh, meine Hände, die sind so eingefroren. Also meine Finger, Digga. Oh, shit. Ich muss ehrlich sagen, heute ist nicht zu viel los wie auf den Straßen wie gestern. Also gestern da war ordentlich was los. Und auf zur Schule. Wir hatten gar nicht viel zu spät, das war's komplett, Alter. Da müssen die ja alle schon da sein. Und meine Mutter ist da, Digga, das war's komplett, Digga. Die kommen alle zu spät heute, Digga. Beste Leben, Alter. Die Rollergang ist auch schon am Start. Aber die 125er Gang noch nicht. Aber ich würde sagen, das war's doch schon mit dem Video. Tschau, ne? Tschau, nösst kennenzulernen habe. Sau family, dafür sind sie wieder rausgebe. Ng için alles mit bis 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 Incas und sind offen. Vielen Dank.